Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Prototype 2. Ja, im letzten Part haben wir das White Light vernichtet, also zumindest einen Teil davon. Und momentan machen wir uns auf den Weg zur Sabrina Galloway, denn anscheinend hat sie mehr Informationen für uns. Und das könnte wieder eine längere Strecke werden oder auch nicht. Und das sind wieder Feldagenten. Das hört sich nicht so schlecht an. Und ich möchte endlich mal Leute mit diesem Teil erwischen. Das ist unmachbar. Okay. Ich glaube, das war sehr deutlich. Letzter Ausweg. Ich glaube, wir sind in ein ziemlich großes Projekt geraten. Wir müssen natürlich wieder alles regeln. Das war ein klarer Wetter. Mit Explosivwaffen. Dann würde ich mal vorschlagen, sich zuerst langsam heranzutasten. Auch Infizierte bringen wieder Gesundheit. Mit Explosivwaffen. Wo befinden sich hier denn Explosivwaffen? Hier ist schon eh ein Abgenossen für mich. Oh, gleich zwei. Natürlich mit den verbesserten Schildern geht ja alles. Jedenfalls ein bisschen leichter. Dass er zusätzlich Schaden noch anrichten. Und von dem Typen kann ich was bekommen. Rudolführer. Dann ein wenig Knuff-Teesung-Typen. Das sind so richtig Mann-gegen-Mann-Kämpfe. Und jetzt sollte ich ihn schon bald absorbieren. Da ich sonst tot bin. Ich hoffe, meine Brawler helfen mir da ein wenig. Mit Explosivwaffen. Das sieht mir nach einer Granatwaffe aus. Tango Primär ist versucht, uns aus Lockdown zu verhindern. Und abgeschlossen. Und abgeschlossen. Commander Cantrell sagt, er hat kompromissiert. Überrasch. Wir brauchen Cantrell raus. Er weiß zu viel, dass er kompromissiert wird. Wir sind nicht wie eine verdammt Schäuze. Meine Jungs können es anhalten. Dann anhalten es, Commander. Und ein paar Infizierte zuerst absorbieren. Dass wir uns wenigstens ein bisschen regenerieren. Und wir sind wieder vollkommen hergestellt. Ich nehme an, dass wir Cantrell oder auch nicht. Ich habe leider vergessen, wie man das Brawler-Rudel weggerufen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Und er hat sicherlich überlebt. Das wird natürlich nicht passieren. Jetzt wollen wir mal Kango tanzen, nehme ich an. Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Scheiß schütze. Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Scheiß schütze. Wir beschützen ihn nicht. Er stirbt sowieso gleich. Und der Nächste. Und der Tod ist er. Okay, ich habe gerade gesehen. Okay, nein, das war die andere Seite. Ich dachte schon, meine Hammerfäuste. Wir würden den Helikopter zusammen haben. So, und jetzt kommt der Nächste. Der sich nur schützt, wie ein Helikopter. Zuerst machen wir die einfachen Gegner kaputt. Ich glaube, das war ein Berserker. Wenn ich mich nicht täusche. Und ich möchte nicht, dass diesen Typen da drinnen weiter etwas passiert. Ich habe ihn jetzt verstanden. Ich habe ihn immer mit Gegenständen verletzt. Und. Und... Die Arme, Funkbanker. Sollte gleich hinüber sein, aber gleich meine ich jetzt? Leute, ich kann euch sagen, wir bekommen unsere letzte Fähigkeit. Ich hoffe, ihr hört nicht das verrückte Mausklicken, das Mikrofon. Jetzt rufe ich mal meine Freunde. So, ich brauche mal wieder Gesundheit. Und das geht sich in diesem Part locker aus. Na, komm schon. Und erledigt. Diese Frau kann ja nicht so schwer zu besiegen sein. Wenn ich sie mal treffen würde. Ich versuche mal mit meinen Quellen wieder zu agieren. Und Zeit zum Absorbieren. Und wir haben die Peitschenfaust erlangt. Mit der man natürlich super Helikopter herunter bekommen kann. Und zerstört. Natürlich zuerst, wenn sich Infizierte töten. Die Bonus-EP kann man alle gut gebrauchen. Der Schaden ist ja fast schon minimal, denn die anrichten. Das geht sich locker in diesem Part aus. Und ... hergeholt ... tut mir leid. Das ist akzeptabel. Das ist akzeptabel. Das sind alles kranke Schweine. 1,5 Millionen. Söhne von B****. So, dann beende ich diesen Part hier. Castle, das ist Checkmate. Zurück zur Base ASAP. Überrasch. Roger das, Checkmate. Auf meinem Weg. Ich weiß nicht, was er will. Irgendwann, dass ein Teil zur Kosten für uns wundern. So, dann beende ich diesen Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. So, ciao und wir machen nächstes Mal weiter. Untertitelung. BR 2018